ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dort 4 wie sie wieder habe ich start mit unserem rallye abenteuer wir starten heute in die vorletzte rallye wm der rallye 1 international beziehungsweise dieser was das war für die serie da bin ich einfach ready drauf okay dann haben wir noch ein bisschen was zu tun auf jeden fall wie gesagt das ist jetzt die vorletzte heute diese woche kümmern wir uns hier um die gruppe a rallye kontinental heute mit dem ersten teil an diesem dienstag dann mittwoch also morgen quasi der zweite teil am donnerstag der dritte teil und dann geht es am freitag samstag und sonntag in die formel 1 wieder mit dem großen preis von russland am freitag frei training am sonntag die qualifikation und am sonntag wie immer das rennen nächste woche ja weiß ich nicht samstag steht doch nicht ganz fest ob ich tatsächlich dabei bin normalerweise sollte das kein problem sein aber eine weitere ankündigung habe ich für euch wir und zwar werde ich ab sofort alle zwei wochen auch genauso wie dann am montag danach am montag also wenn ich montag fahre fahre ich auch freitags ich werde freitags williams fahren mit dem brand zusammen wieder im team habe mich entschieden dass ich dann auch eine vierte liga mache das heißt auf freitag dann werden noch live stream zum nächsten kommen mit dem zweiten rennen gut das fällt heute diese woche egal wie es ausgeht flach danach nächste woche geht es dann weiter in china müsste das richtig wenn ich ihn im kopf habe ja wie immer sei dass ihr da schon mal bescheiden ist so wie gehen rein ins rallye sport und wir fangen an heute mit dem ersten rennen fünf strecken aus und dann gehen wir rein los post rates der start heute in der ersten serie wir haben einige vorgaben bzw teamziele stellst du zwischenzeit erreiche 14 mal ich stellte zwischenzeit im event oder das wird ja gut das könnte man schaffen das werden mit weniger als zehn sekunden strafe ab das könnte durchaus machbar sein wenn man nicht irgendwelche saltos schieben schieße wenn du platz neun habt das sollte durchaus machbar sein selber wertungsprüfe eine müssen wir auf jeden fall schaffen das auch machbar werden und gewinne eine wertungsprüfung gewinnt auch das ist durchaus machbar also realistische siebenziele zwar viele aber realistisch hier guck mal uiuiui das wetter sagt natürlich wieder haare ich habe die musik jetzt komplett mal runter gedreht dazu tut sich die richtigen diga so wir fangen an heute mit der ersten wertungsprüfung heute das ist ein bisschen konzentrierung hier Übermelde. Sofort. Aufmerkehre. Rechts. Innenhalten. Rechts. 6. Links. 6. Aufmerkehre. Links. Innenhalten. 60. Übermelde. Links. 6. Rechts. 5. Links. 5. Übermelde. Achtung. Koffer. Rechts. 1. Links. 4. Rechts. 6. Durchsenke. Rechts. 4. Koffer. Kleinsprung. Nicht schneiden. Rechts. 6. Überpuppe. Rechts. 2. Links. 3. Rechts. 4. In offener Kehre. Links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts. 6. Links. Halb. Überpuppe. Rechts. 5. 60. Links. 5. Rechts. Halb. Überpuppe. Links. 6. In offener Kehre. Rechts. Lang. Durchsenke. Links. 4. Rechts. 3. Hm. Billiger. Zurück. In links. 2. Links. 6. Überpuppe. Links. 6. Überpuppe. Rechts. 3. Na. Das hat ja Zeit gekostet hier. Links. 6. Überpuppe. Durch Tor. Rechts. 6. In links. 2. Lang. Macht auf. Überkreuzung. 60. Durch Tor. Links. 6. Überpuppe. Na. Das wird double shot. 2. Überpuppe. Nicht schneiden. Rechts. 5. Links. 6. Kuppel senke. Rechts. 6. Ja. Willing zurück. Definitiv. Durch Senke. Mittig. Durch Senke. Links. 4. Durch Senke. Links. 6. Mittig. Halb. Überpuppe. 6. Durch Senke. Links. 4. Verpuppe. Durch Senke. Links. 6. Mittig. Halb. Überpuppe. Links. 6. Genau. Links. 6. Kuppel. Ach wir mal. We yêu einer Strafe. Ja, hier liegen wir schon mega weit hinten. Da rutscht ihr ein bisschen zu weit raus und ihr gebt ihr vier Sekunden dafür. Na, das war heute nicht ideal, der Auftakt. So, okay. Den ersten Teil fangen wir jetzt an. Der zweite Teil, Entschuldigung. Ich habe gar nicht auf die Streckenlänge geachtet. Boah, 10,67 Kilometer, okay. Ja, das ist viel. Wir werden wieder die Events in eine Folge packen, Step by Step. Das heißt, ja. Gut, was haben wir denn? Zwischenzeiten haben wir zwei. Ich schließe es, wenn wir 10 Sekunden nochmal gedauert haben. Ja, wir müssen eine Wettbewerbsprüfung holen. So, Tom, wir haben unser Bestes. Macht ihr keine Sorgen um die äußerlichen Beschädigungen. Acht Minuten. Da müssen wir drunter kommen. Vier, drei, zwei, eins, los. Rechts vier, über Kuppe. Durchsenke. Mittig halten, über Kuppe. Achtzig, achzig durchsenke. Mittig halten, übersprungen, runter. Links sechs, über Kuppe. Zwei über Kuppe, nicht steigen. Rechts fünf, links sechs. Links fünf, links drei, über Kuppe, nicht steigen. Rechts sechs, über Kuppe, 60. Links sechs, durchsenke. So, ich wusste, wir können gucken, ob er die Aufhörungen gemacht hat. Hat er auf jeden Fall. Geh weiter. Links sechs, mittig halten, über Kuppe, rechts halten, über Kuppe. Links drei, rechts vier, in links sechs. 130, über Wälder, sofort auf der Kuppe, auf der Kuppe, rechts rechts. Meine Fresse, fahr doch auf der Straße, ey. Rechts sechs. Links sechs. Auf der Kuppe, links, innen halten. 60, über Kuppe. Rechts sechs, durchsenke, rechts vier, Kuppe. Leitsprung, rechts schneiden. Rechts sechs, über Kuppe. Rechts sechs, über Kuppe. Na, perfekt ist es definitiv nicht. Links vier, in 90 Grad links. Links drei, rechts fünf. Links fünf, rechts halten, über Kuppe. Links sechs, in offener Kehre rechts, lang, durchsenke. Links vier, rechts drei, in links zwei, rechts sechs, durchsenke. Rechts vier, Kuppe. Leitsprung, rechts schneiden. Wir sind sauber, kann man eh knicken, jetzt. 60, links sechs, über Kuppe. Links sechs, über Kuppe. Aber wir führen. Rechts drei, links sechs, über Kuppe. Durchsenke. Links drei, Kuppe. Das ist ne, mega Zauber, hier zu begangen. Was holen. Nicht schneiden, Kuppe. Links fünf, links sechs. Rechts vier, links drei, nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe, rechts vier, über Kuppe. In links zwei, runter. Links fünf, links drei, über Kuppe. Rechts sechs, über Kuppe, 60. Rechts sechs, 60. Durchsenke, links drei. Rechts halten, über Kuppe, runter. Rechts vier, links eins, nennen, senke. Rechts fünf, über Kuppe. Links fünf. Rechts sechs, rechts drei, nicht schneiden. In links zwei, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links vier, über Kuppe, rechts schneiden. Rechts fünf. Rechts zwei, nicht schneiden. Links drei, rechts vier. In offener Kehre, links. Lang, durchsenke. In rechts sechs, links halten, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts fünf, nicht schneiden, runter. Überall, sofort offene Kehre, rechts, innen halten. Rechts sechs, links sechs, links vier, rechts drei, links sechs, über Kuppe. Und Achtung, rechts vier, sofort scharf links, 60. Scharf links, so du. Links drei, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 60. In offener Kehre, rechts lang. 60, durchsenke. Links drei, über Kuppe, 80. Rechts sechs, links fünf, über Kuppe. Rechts sechs, Kuppe, in links sechs, durchsenke. Rechts zwei, links drei. Rechts vier. Ah, war mir klar. In offener Kehre, links, lang, durchsenke. In rechts sechs, links halten, über Kuppe. Rechts fünf, runter. Überall, sofort offene Kehre, rechts, innen halten. Rechts sechs, rechts. Rechts drei. In links zwei, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Jetzt führen wir durchgehend. Links vier, über Kuppe. Rechts fünf, rechts fünf. Links vier. 90 Grad, rechts, runter. In links sechs, durchsenke. Links vier, über Kuppe. Nicht schneiden. In links sechs, durchsenke. Runter, links sechs. Rechts fünf, links fünf, überwenden. Achtung, Kuppe. Achtung, Kuppe. Rechts eins, links vier. Rechts drei, rechts schneiden. In links zwei, durchsenken. In rechts halten, durchsenke. Links vier, über Kuppe. Rechts schneiden, rechts fünf. Links sechs. Aufene Kehre, links, innen halten. 60, über Kuppe. Rechts sechs, durchsenke. Rechts vier, Kuppe. Vielleicht Sprung. Rechts schneiden. Rechts sechs, über Kuppe. Rechts drei. In links zwei, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links vier, über Kuppe. Rechts fünf. Links fünf, rechts halten, über Kuppe. Links sechs, innen aufene Kehre. Rechts, lang, durchsenke. Links vier, rechts drei. In links zwei, rechts drei. In links zwei, durchsenke. In rechts halten, durchsenke. Links vier, über Kuppe. Rechts fünf, 60, über Kuppe. Sofort, aufene Kehre, rechts, innen halten. Rechts sechs. Jetzt überfahre ich aber auch hier heute nicht. Aufene Kehre, links, innen halten. 60, über Kuppe. Links sechs. Rechts fünf. Links fünf, überfahre ich. Achtung, Kuppe, rechts eins. Links vier, 100. Kuppe, sofort rechts zwei, nicht schneiden. In links eins. Rechts halten, über Kuppe. In links zwei, lang. Achtung, Kuppe, sofort rechts eins. Links fünf, rechts halten, über Kuppe. Links sechs. In offene Kehre, rechts, lang, durchsenke. Links vier. Rechts drei. In links zwei. Rechts fünf, nicht schneiden. Links vier, nicht schneiden. 90 Grad, rechts, unter. In links sechs. Bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. Zumindest haben wir mal eine gute Vorgabe gesetzt. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So, nächstes Teil. So, nächstes Teil. Das sind doch relativ kurze Strecken. Aber jetzt haben wir die Aufgabe erledigt. Das ist das Wichtigste. Das war eine ewig lange. Ja, die ist jetzt um gut zwei Kilometer kürzer. Die ist jetzt um gut zwei Kilometer kürzer. Dritte Wertungsprüfung für heute. Also, wir haben jetzt noch danach zwei. Und dann sind wir durch für heute schon. Aber wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. So, acht Mal haben wir schon geschafft. Ich muss noch immer die saubere Wertungsprüfung fahren. Dann habe ich fast alle Aufgaben anledigt gefunden. Okay, viel Glück da draußen. Ich werde dir die Notizen klar und deutlich durchgeben. Ja, das wäre super. Ich glaube, dass ich diese Arbeit doch hinkriege. Ich glaube, dass ich diese Arbeit doch hinkriege. Rechts, lang, durchsenke. Links, vier. Rechts, drei. In links, zwei. Rechts, sechs. Links, vier. Rechts, drei. Links, sechs. Überpuppe, durchdrucken. Links, sechs. Durchsenke. Links, vier. Überpuppe. Durchsenke. Links, sechs. Mittig halten. Überpuppe. Voller. Links, fünf. Links, drei. Überpuppe. Rechts, sechs. Guckab, gerade. Ich fass mich gerade ran gefahren. Aber wir haben die neunte Ding schon abgearbeitet. Mittig halten. Übersprung. 150. 80. Durchsenke. Schöne Durchjagen mit Vollgas. 150. Kuppe, senke. Rechts, sechs. Rechts, vier. Überpuppe. Durchsenke. Mittig halten. Überpuppe. In rechts. Drei. Überpuppe. 60. Durchsenke. Auf der Kehre. Links, lang. Nicht schneiden. Mittig halten. Überpuppe. Durchsenke. Rechts, drei. 60. Durchsäcke. Links, sechs. Überpuppe. Zwei. Überpuppe. Nicht schneiden. Rechts, fünf. Links, sechs. 80. Rechts, zwei. In links, vier. Überpuppe. Rechts, drei. Nicht schneiden. Links, vier. Rechts, sechs. Rechts, sechs. Durchsenke. Durchsenke. Links, drei. Nicht schneiden. Rechts, drei. Überwenden. Links, sechs. Durchsenke. Mal links, vier. Überpuppe. Durchsenke. Links, sechs. Mittig halten. Überpuppe. 130. Rechts, drei. Lang. Macht zu. Überpuppe. Rechts, schneiden. Links, sechs. Wunder. Links, fünf. Links, drei. Überpuppe. Nicht schneiden. Rechts, sechs. Überpuppe. Durch Tor. 60. Links, drei. Durchsenke. Mittig halten. Überpuppe. 60. Im Aufbekehre. Rechts, lang. 60. Durchsenke. Links, drei. Überpuppe. 80. Nummer zwölf. Rechts, sechs. Rechts, vier. Überpuppe. Durchsenke. Mittig halten. Überpuppe. Runder. Links, fünf. Links, drei. Überpuppe. Rechts, sechs. Überpuppe. 60. Durch Tor. Rechts, sechs. 60. Durchsenke. Links, drei. Rechts halten. Überwende. Rechts, fünf. Überpuppe. Links, vier. Lang. Kuppe. Rechts, zwei. Links, fünf. Links halten. Überwende. Rechts, sechs. Durchsenke. In links, sechs. Rechts halten. Überpuppe. 60. Rechts, zwei. Links, drei. Rechts, vier. In offene Kirche, links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. Dann dreizeh wir mal jetzt, oder? In rechts, sechs. Links halten. Überpuppe. Rechts, fünf. Rechts, zwei. Rechts schneiden. Links, drei. Rechts, vier. In offene Kirche, links. Lang. Durchsenke. In rechts, sechs. Links halten. Überpuppe. Rechts schneiden. Rechts, fünf. Nicht schneiden. 60. Links, fünf. Rechts halten. Überpuppe. Links, sechs. In offene Kirche, rechts. Lang. Durchsenke. Ein bisschen konzentrieren. Ich höre sie jetzt auch abfahren. Rechts, drei. In links, zwei. Rechts, zwei. Links, drei. Rechts, vier. In offene Kirche, links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts, sechs. Links halten. Überpuppe. Wir müssen die 14 jetzt haben, gleich. Rundpuppe. Kuppe. Super. Rechts, zwei. Nicht schneiden. Sechs brauchen wir. Wir haben durchgehend alles grün. Ja. In links, sechs. Rechts halten. Überpuppe. In links, zwei. Achtung. Kuppe. Sofort. Rechts, eins. In links, sechs. Durchsenke. Links, vier. Überpuppe. Nicht schneiden. In links, sechs. Durchsenke. 150. Übermelde. Sofort. Aufbekehre. Innen halten. Vielleicht hier so eine Flitze abschneet. Die sind der vorletzten. Links, fünf. Rechts, vier. Überpuppe. Links, halb. Durchsenke. Rechts, zwei. Durchsenke. Links, drei. Nicht schneiden. 60. Links, fünf. Rechts, halb. Überpuppe. Links, sechs. In hoffner kehre. Rechts, lang. Durchsenke. Links, vier. Rechts, drei. In links, zwei. Links, zwei. Links, zwei. Rechts, sechs. Links, vier. Rechts, drei. Links, sechs. Überpuppe. Durchturm. Rechts, fünf. Überpuppe. Überpuppe. Rechts, sechs. Durchturm. Durchsenke. Links, drei. Kuppe. Rechts, drei. Land. Kuppe. Links, fünf. 60. Links, sechs. Kuppe. Senke. Bis Ziel. Alles klar. Land, zwei. Ich hoffe, dass wir das jetzt sauber abgeschlossen haben, das Ganze. Wir haben 32 Sekunden rausgeholt auf den Kollegen. Ein Zoller Vorsprung, 21,1 Sekunden. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So, haben wir jetzt die Dings erledigt. Haben wir zumindest alles doppelt erledigt. So, nächster Abschnitt, 6,07 Kilometer. Also, ja, kriegen wir hin. So,�besau. So, steams. So, 6,07 Kilometer, was haben wir, die Saubere, der Ding, jetzt, wir haben die Saubere abgeschlossen, sauber, haha, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die zwei Dinger ohne Großzeitstrafen holen, die 14 Mal haben wir aber erledigt, die Sauber haben wir erledigt, die eine Wertesprüfung haben wir gewonnen, wir sind momentan erster, uns fehlen halt, wie gesagt, das einzige Zünglein an der Waage ist natürlich immer noch die Zeitstrafe, dann dürfen wir uns maximal noch 60 Sekunden erlauben, so, nächster Teil, 4 Minuten brauchen wir, 4 Minuten 7, 4, 3, 2, 1, los, zumindest hat der Regen aufgehört, links 6, überrufe, 2, überrufe, Regen steig, oh, das war nicht einfach, rechts 5, links 6, runter, links 5, links 5, links 5, links 5, links 5, links 3, überrufe, das ist aber immer noch nass, wie man hört, rechts 6, überrufe, runter, Kuppelsenke, rechts 6, rechts 4, überrufe, durchsenke, mittig halten, überrufe, links 6, überrufe, 2, überrufe, rechts 5, links 6, mittig halten, überrufe, 80, durchsenke, mittig halten, übersprung, 60, und Achtung, rechts 4, rechts 4, rechts steig, sofort, scharf links, 60, rechts 5, überrufe, links 3, nach rechts steig, rechts 5, überrufe, links 3, nach rechts steig, rechts 3, überrufe, durchsenke, 60, links 3, durchsenke, mittig halten, überrufe, 60, in offener kehren, rechts, lang, rechts steig, 60, durchsenke, links 3, überrufe, 60, mittig halten, überrufe, 80, durchsenke, mittig halten, übersprung, 60, rechts, links 3, nach rechts 3, überrufe, durchsenke, 80, mittig halten, überrufe, 80, durchsenke, mittig halten, übersprung, 100, links 5, links 3, überrufe, rechts 6, überrufe, 60, durchsenke, links 3, kuppe, rechts 3, lang, kuppe, links 5, rechts 6, in links 2, lang, macht auf, überkreuzung, 60, rechts 6, 60, durchsenke, links 3, rechts 3, links 3, überrufe, 60, überrufe, 80, überrufe, so hoch, offene kehren, rechts, innerhalb, rechts 6, rechts 2, links 3, rechts 4, in offener kehren, links, lang, durchsenke, in rechts 6, links halb, überrufe, rechts 5, 60, links 6, überrufe, links 6, überrufe, rechts 3, links 6, überrufe, 60, überrufe, rechts 4, rechts 4, nicht schneiden, rechts 6, 80, rechts 6, links 5, überrufe, rechts 6, links 5, durchsenke, 130, links 5, links 3, überrufe, rechts schneiden, rechts 6, überrufe, 100, bis Ziel. So, vorher jetzt die Teil auch geschafft, für die Reinewärtsprobe. So. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Wertungsprüfung Nummer 5, mit 40 Meter Höhe, wie gesagt, 6,78 Kilometer Länge, 40 Meter Höhe, leichter Schotter, mittlerer Schotter, und es bleibt Gott sei Dank mal trocken. Ich hoffe, dass die Strecke halbwegs trocken ist. Dann hast du einige Abschnitte auf jeden Fall. So, haben wir noch die eine so... Haben wir die nicht sauber gefahren, irgendwie gesagt? Okay. Na. So, einfach so. Der Dreivärtsprobe. 23 haben wir mittlerweile. Also wir sind... Gut, wir dürfen jetzt nicht mehr als 6 Sekunden holen. Wir dürfen jetzt keine 7 Sekunden Zeit schaffen. Okay, wir können direkt losfahren. Okay, keine Beheitrichtung auf der Strecke, das ist gut. Kein Auto, was da rumsteht. 5, 4, 3, 2, 1, los! In rechts, 3 Überkuppe. Links 5, Senke. Rechts 6, durch Senke. Rechts 4, Kuppe. Rechts 4, nicht steigen. Rechts 6, überkuppe. Rechts 2, links 3, 4. Ich muss mich wirklich konzentrieren gerade. Sorry, dass ich jetzt gerade gar nicht quatsche während dem Erdrecksbefall. Ich hätte auch gegründet. In rechts 6, links halten, überkuppe. Rechts 5, runter. Übermelde. Sofort, offene Kehre, rechts, innen halten. Rechts 6, links 6. Offene Kehre, links, innen halten, nicht steigen. 60, überkuppe. Links 5, rechts halten, überkuppe. Links 6, in offene Kehre, rechts, lang, durch Senke, nicht steigen. Links 4, rechts 3, in links 2, rechts 2, links 3, rechts 4. In offene Kehre, links, lang, durch Senke, nicht steigen. In rechts 6, links halten, überkuppe. Rechts 5, links 1, kuppe. In rechts 2, lang. In links halten, überkuppe. In rechts 1, lang, macht auf. In links 2, kuppe. 60. Und das war's. In links 2, kuppe. 60. Jetzt in der Fall nicht mehr, keine Zeitschaft mehr holen. Rechts 5, links 4. Schiss. In 90 Grad links. Links 3, rechts 5, 100. Rechts 4, links 1, Welle, Senke, nicht schneiden. Rechts 5, über Welle, links 5. Rechts 6, 60, über Welle, Summe, offene Kehre, rechts, innen halten. Rechts 6, hoch, rechts. Rechts 4, links 1, Welle, Senke, nicht steigen. Rechts 5, über Welle, links 5. Rechts 6, in links 6, in rechts 6, in rechts 3, überkuppe. Links 5, Senke. In links 6, kuppe. 60, in rechts 3, überkuppe. Links 5, Senke. In links 6, kuppe. 60, in rechts 3, überkuppe. Links 5, Senke. Rechts 2, links 3, rechts 4. In offene Kehre, links, lang, durch Senke. In rechts 6, links halten, überkuppe. Rechts 5, rechts 5. Links 1, kuppe. In rechts 2, lang. In links halte, überkuppe. In rechts 1, lang, mach auf. In links 2, kuppe. 80. Ist nicht einfach gerade, sorry. links 6, kuppe, senke. Rechts 6, links 6, rechts 5. Nein, ich weiß nicht, was ist im Wald raus. Links 6, links 6, rechts 4, links 3. Mittig halten, überkuppe. Nein, nein, nein. Und das war die Zeitstrafen. Mittig halten, überkuppe. Nein, nein. Nicht alle, werfen es gut ist, ich alle. Ich habe es geschafft. In links 2. Rechts 6, rechts steigen. Links 4. Rechts 3, links 6, überkuppe. Und Achtung, rechts 4, sofort, sharp, links 60. Links 6, überkuppe. 2, überkuppe. Rechts 5, links 6, rechts 6, links 4. Ja, Katzenkriegen, Glückwunsch, das hat er gewonnen. Rechts 3, links 6, überkuppe. Links 6, überkuppe. Sprezzwasser. Links 6, überkuppe auf. Rechts 3, links 6, überkuppe. 60, links 6, überkuppe. Links 6, überkuppe. Links 6, überen. Rechts 3, links 6, überkuppe. Links 6, überkuppe. Rechts 3, links 6, überkuppe. 80 bis Ziel. Okay, Fahrертвambass. 6 Sekunden, wenn man da nochmal auskommt. Ich weiß nicht, woher die geholt haben, aber diese 4 Sekunden, die 2 Wartungsrufe, die 2 Abstände, die weiter verloren haben. Ja, aber meine eigene Doofheit. Das war meine eigene Schuld. Die haben wir verkackt, die Sänger. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Ja, das haben wir verkackt. Das war der erste Abschnitt. Wir sehen uns morgen wieder dann mit dem zweiten Abschnitt aus Tarragona. Ja. Ja.